Guten Tag, ich möchte Ihnen die Spackenpartei Deutschlands vorstellen. Wir sind die Besten, wir sind super, wir sind überhaupt diejenigen, die Sie auf jeden Fall wählen sollten. Wir sind für alles, wir sind für mehr Geld, wir sind für mehr Wohnraum, wir sind für mehr Soziales, wir sind für mehr Autos, wir sind für mehr Klima, wir sind für sowieso alles. Deswegen sollten Sie unbedingt uns wählen, denn Ihre Stimme kann Deutschland retten, weil wir die Vertreter für Deutschland sind, für alles und wir machen alles gut. Und deswegen nennen wir uns jetzt Spackenpartei, weil der Begriff ist so schön unverfänglich. Wir haben nicht zu viel versprochen und da ist Platz für positive Überraschungen. Und so wie Kubicki gesagt hat, in der Kneipe in Schleswig-Holstein nennen sie den Karl Lauterbach irgendwie einen Spacken und der hat sich anscheinend darüber aufgeregt, also umso mehr Grund die ganze Partei Spacken zu nennen. Die setzt sich jetzt zusammen aus den ehemaligen CDU, SPD und Grünen und demnächst kommen noch die FDP und die Linken mit dazu, weil das sind ja so Umfaller-Parteien, die dann koalieren mit diesem ganzen Rest, diesem sonstigen Spacken-Zeugs und so. Und deswegen wünsche ich mir jetzt am 26.09.2021 Spacken wählen. Es gibt gar keine andere Wahl. Ja, das ist völlig alternativlos. Alternativlos. Sie wollen eine andere Meinung haben? Ne, 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 ne. Da will ich mich schon für sorgen, dass Sie keine andere Meinung haben. Ja. Da will ich mich schon für dazu achemen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020